und damit und damit herzlich willkommen zurück ja ich werde jetzt eben hier was ändern in der formation ich habe nur 37 prozent bei besetzt kommt jetzt in den sturm ja und dann würde ich sagen wir fangen jetzt direkt wieder an ich möchte jetzt keine zeit für die spiel ich will das spiel gewinnen andres jensen und jetzt da noch mal mit dem tor hier ach jetzt ist pause gut ja in der halbzeit hier ist sie mit 1 0 im duell gegen uns sozusagen das ist echt nicht gut kacke oder so fast wieder durch so behindert 1 1 jan sommer weiner eckmann locker seit rennen okay sie sagen sommermann kein foul okay ist kein voll ging mal okay der wirkt also baster wirkt jetzt unter druck gelastet also ist jetzt schwer für barca die können die der chance enttäuschen sind aber ein team ist taktisch da und direkt wieder zu auch wenn man war die mit den tiki taktisch da kann ich noch nicht mehr achten scheiße sehr stark aber ein messi fast mit dem 2 0 wenn ich ein tor schieße ich denke noch ein tor schließen weil die gleiche offensiv eine der partie richtig drauf ich kann nichts auf legende noch spielen es geht noch nicht es geht einfach noch nicht neymar dass du gegen ultimativ führst ist unfassbar suarez suarez fast das 2 0 er steht vor dem tor aber verkackt ein glück jetzt haben wir noch die chance es müssen aber offensiv mal mehr bringen vielleicht mit mario wird zum lackerset einfach mal ich gehe jetzt auf offensiv doch einmal kommen ach du scheiße messi marco reuss war beinahe 2 es gibt es doch nicht das sind die perfekten fußballen die hier stehen 20 minuten habe ich noch zeit sonst ist rossi sie ja es sei denn er schafft es nicht was wechselt glaube ich ich muss in den sturm 1 meter als sie das 2 marco was hatten elf meter das kann ja nicht sein den htf gegen effektiv doch der war so geil im winkel geschlossen und bis zum ende nehmen fast 20 jetzt muss ich komplett offensiv gehen das geht nicht mehr jetzt ich kann jetzt nicht mehr was machen kacke 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 da werde ich umgefügt von kunden jetzt muss ich auch passen was kommt aufschaffen bringt der wechsel noch mal was ist die frage messi moja ich wechsle noch mal jetzt reicht es mir sonst bin ich da und adoris das bringt adoris e kommt einfach nein gulan ribery du meinen sturm einfach götzige über außen wir müssen jetzt irgendwas machen es geht es fest letzten acht minuten laufen im tor hat es mich das leben gerät beinahe das zweimal außer jetzt bestimmt song ach doch nicht nach vorne mit dem scheiße jetzt ist die minuten bei mir ach boah geiler kippe so mal 1 0 noch zwei minuten sonst ist rossi der sieger diese serie so aus es ist nicht möglich das zu tun nachkommen wenn sie kaum am beigelassen und das war es rossi gewinnt das duell mit 1 zu 0 gegen mich ja was hat gegen mich das tor geschossen und er hat das tor sozusagen gegen mich geschossen denn er gewinnt das 1 zu 0 mit ultimativ sogar gegen barcelona heilige das team hat es nicht geschafft am ende muss man einfach so sehen hier andres in jester mache erst mal so ein ding dann haben wir noch paar paraden von moja aber ich glaube das interessiert jetzt eigentlich nicht mehr das ist schade aber so ist das jetzt hier ich kann ja noch mal alle highlights die abspielen lassen ja das war es das war die serie die so eine kleine serie von der demo ich glaube nicht jeder youtuber macht so was das hat mir recht das machen glaube ich glaube ich auch nicht wie hat es dir spaß gemacht ganz zum schlüssel erst recht und in diesem spiel alter ich hatte gerade so auf ansprach aber so konzentriert weil ich noch nie bei in fifa steht glaube ich dir das ist schon nicht ohne was man da so macht gut das war es weiterhin gamecraft hd einschalten auf jeden fall wird es noch richtige fifa 16 videos geben ist ja klar karrieremodus und sowas habe ich schon alles angekündigt die wm der frauen und so weiter und so fort das war so ein kleiner teil dieses jahres von fifa ich hoffe euch hat es gefallen und ich sage jetzt ciao bis zum nächsten video